Hallo Leute, zur sechsten Folge Farming Simulator, oder wie es im Deutschen heißt Landwirtschafts-Simulator. Die 14 und die 19 sind unsere eigenen Felder, alle anderen können wir bearbeiten, ja dort, versuchen. Na, dann ist ja schlecht. Wir drücken irgendwo hier R und dann müssen wir pflügen und darauf habe ich auch nicht wirklich keine Lust. Verdammt. Ähm, wir gucken mal, ich hätte gerne diese Felder hier in der Reihe. Ähm, 4 Minuten. Machen wir mal. Muss man düngen. Und wir fahren hier auch einen Case mit Pflegebereifung, um den Mais hier zu düngen. Na, der geht richtig ab. So. Also ich hätte gerne die Felder hier alle in der Reihe, dann kann ich dann nicht richtig Silage produzieren. Ähm, V senken. Ne. B. Muss man nun die richtige Breite finden, damit man auch schnell fertig ist. So, passt auf jeden Fall. Ich fahre immer mit Tom, ich fahre hier immer mit Tempomat, weil die Maschinen ja auch eine geringe Geschwindigkeit eigentlich vorgeben. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen nach links gehen. Ähm, ja, wir machen heute einfach mal ein paar Aufträge, um die Felder zu, ja, günstiger zu machen und ein bisschen Geld zu verdienen. Boah, das hätte eigentlich zweimal, zweimal fahren hätte eigentlich gereicht, hätte ich das, wäre ich richtig an, also hätte ich die maximale Breite gleich beim ersten Mal gedüngt. Ich habe noch einen Zeitpunkt, einen guten Zeitpunkt. Jetzt muss man einmal nochmal wahrscheinlich ein bisschen in die andere Richtung fahren. Ja. Oh Mann, nur für das bisschen, weißt du? Das ist ärgerlich. Ähm, das Feld war bei, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tausend. Ich muss eine komplette Bahn fahren. Eine halbe Minute, die unnötig vergeudet war. So, was kriegt man? 3.000? Ha, 2. 2. 2. 2. Gut. Der Wert hat noch einen, äh, das Feld hat noch einen Wert von 80.000. Und so, jetzt gucken wir gleich noch beim nächsten. Das ist anti-reif. Du kannst hier ein bisschen durchschalten. hier 35 Minuten, 13 Minuten, 3, 18, 23, die 13 Minuten waren eigentlich am besten. Aber die kommen jetzt nicht mehr. Doch hier. Start. Masai Ferrisen, 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 AF Attric irgendwas. Aktiva 7347S. Gut. Normal musste. Senken. Unmehr nicht. Anmachen sollte man noch. Geräteauswahl wechseln. Träscher aufklappen. Genau. Und dann erst Träscher aufklappen. Und dann drückt man B. Und dann geht's ja los. Was fahren denn die? Sonnenblumen sind das. Und ich gucke immer, dass, dass ich gerade fahren, in der nicht ein bisschen auf die Seite gehe. Insights sieht der cool aus. Scheine, dass die Anzeige im Cockpit nur statisch ist. Aber es sieht cool aus. Das geht halt nicht richtig. Rückwärts fährt er voll schnell. Ich nehme aber lieber die Außeninsicht fallen. Da habe ich ein bisschen Einblick. Da habe ich ein bisschen mehr. Warum nimmt er die Reihen nicht mit? Hä? Ich häng schon drüber raus und der nimmt sie nicht mit. Das ist komisch. So. Wir können uns jetzt nicht so viel Zeit erlauben. Wir haben zwar schon gleich ein Viertel erledigt. also zwei Reihen sind ein Viertel. Alles. Wir müssen insgesamt acht Mal fahren. Das ernten bringt eigentlich relativ viel Geld ein. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist rechts unten die Anzeige, dass wenn du ein Metrischer fährst, dass da trotzdem ein Traktor drin steht. Also da hätten sie ein bisschen, also ich will ja nicht meckern, aber sie hätten doch auch ein Metrischer-Symbol machen können, oder? So. Ich weiß gar nicht, ob sie beim Auto ein Autosymbol haben, aber ein Metrischer-Symbol wäre jetzt glaube ich nicht zu schwer gewesen. so. Ja, die ersten zwei Reihen habe ich einige stehen lassen. Das müssen wir jetzt aufpassen. Aufpassen. Dann würde ich mich wieder. Einflänzen darf man stehen bleiben. Nein. Das heißt, wenn du irgendwann ungerade anfängst, dann wird das ganze Feld ungehör. Und denkt immer dran, wenn ihr Felder aberntet, fahrt der Länge nach. Ja, der Länge nach ist einfach praktisch, ihr habt weniger Wendemanöver. Weniger Wendemanöver heißt, mehr Zeit zum Ernten. Beziehungsweise am Ende habt ihr dann einen höheren Zeitbonus. Ich habe eigentlich immer einen Zeitbonus. Es gab glaube ich noch kein Feld, das bei mir unabgeerntet zurückgeblieben ist. Das ist ein ganzes Mal. Das Problem ist jetzt das Feld ein bisschen zu korrigieren. Dann müssten wir jetzt knapp über drei Viertel gleich sein und dann wäre es optimal. Es kann sein, dass ich noch einmal über das Feld tuschen muss, um drei Sonnenblumenkörner einzusammeln. Jetzt bleibt auch ein Streifen übrig. Ich bin schon lange keinen mehr Drescher mehr gefahren. Ich habe viel mit Forstwirtschaft gemacht. Jetzt kommen auch wieder Felder dran. Da gibt es gar keine Uhrzeit. Aber es war schon vorhin schon kurz vor sieben. So reicht es jetzt oder reicht es nicht? Wenn wir wetten, dass es nicht reicht. Doch es reicht. Nicht. Manu Mieter. Ja, drei Pflänzchen abgrasen. Und dann hast du es geschafft. So, 6.800... Nee. 7.008. Was können wir hier jetzt machen? Gülle streuen. Dann gibt es mal den gleichen. Aber das machen wir auch gleich. Ein Steier-Multi. Öl streichlich squared. Stopp. Der Wertgrad war bei 63.000. war der Wert, glaube ich. Guck mal gleich mal. Was wir durchs Gülle streuen an Wertminderung kriegen. Die vier Felder wären wirklich genial. Und dann könntest du die zwischendrin noch auch Feld machen. Du kannst ja die Felder erstellen. Im Modus gibt es ja. Und dann hättest du ein riesen Feld. Und das wäre wirklich genial. Am besten auf der linken Seite noch ein bisschen größer machen. Auf der rechten Seite noch ein bisschen größer machen. Da ist ja noch Luft. Alter, das Feld hätte dann Millionen wert. Ich glaube, das mache ich auch irgendwann dann. Wenn mir die vier Felder da hintereinander gehören. So. Ja, Minecraft. Falls ihr das bei mir vermisst. Minecraft spiele ich gerade so gut wie gar nicht mehr. Wenn ich mal was spiele. Dann ist es hier LS 17. Ja, und das war's. Ich muss ehrlich sein. Die Motorsport Manager folgen. Die sind schon alt. Also die habe ich schon vor einer ganzen Weile aufgenommen. Aber nach dem Umzug und in der neuen Wohnung habe ich zwar deutlich mehr Platz. Aber ich komme einfach nicht zum Aufnehmen. Ja, ich arbeite nicht viel Zeit und Anspruch. Und ja, man will auch einfach mal was für sich machen. Und dann bleibt eben das Aufnehmen auf der Spur. Auf der Strecke. Wobei ich ja immer gesagt habe, dass es nicht meine Priorität ist, hier mega erfolgreich zu werden. Ich will einfach ein bisschen, dass ihr an meinem Spaß, Spielspaß teilhaben könnt. Und ja, mal seht wie andere Leute das Spiel spielen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Irgendwie habe ich glaube ich einen Fehler gemacht. Wo habe ich denn die ganze Soße vergessen? Es fehlt noch ein Viertel und ich habe nur eine Strecke noch zu fahren. Irgendwas ist da glaube ich schief gelaufen. Ich glaube ich war zu weit weg von den anderen Spuren. So dass zwischendrin immer noch ein Streifen nicht gedummt ist. So, ich trinke mal noch einen Schluck. Und hoffe, dass die Reihe reicht. Wenn nicht, muss man ganz am Anfang, wo wir waren, nochmal, ja, in Büngen. Und so sieht's aus. Platz ist das. Sie sind da. Ja. Zwischen den Reihen hab ich viel Fläche, die ich nicht gedüngte. Das ist schlecht. Aber wir kriegen's auch so hin. Und fertig! 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 Beim so gesagt, er geht's! So, nochmal 4.000 Jetzt können wir uns auch noch pflügen Aber pflügen mag ich wirklich gar nicht Also wenn es was gibt, dann ist es pflügen Was ist denn das für ein Trecker gewesen? Event Deutsch Puma Case ist das, glaube ich Ähm, pflügen ist was, das kann ich überhaupt nicht leiden Warte, ich wollte nach dem Wert gucken 62, toll 1.000 runtergegangen Ist ziemlich geizig, Junge Ich habe mir hier wieder ein Case Masai Meine Nachbarn hatten früher Also als ich noch Kind war Äh, auch immer Masai Nein, sie hatten ein Masai Und ich glaube Ähm, meinen alten Fendt hatten sie auch Äh, so ein kleiner für die, für die Weintrauben Ich weiß nicht, wie wir als Kinder immer in der Gegend gelaufen sind und so getan haben um 130 vor uns herum gelenkt haben Als würden wir gerade Traktor fahren Erstmal Und dann haben immer wieder Geräusche dazu Brrrmm Brrrrrrmm Brrrrmm Brrrrmm Brrrrrmm Brrrrrrmm Oh Mann Nein. Es sind Zeiten gewesen, als Kinder. Leute, Leute, erinnert ihr euch an eure, was ihr damals gespielt habt? Also ohne Spielzeug, wenn ihr irgendwas gespielt habt? Schreibt es mal in die Kommentare. Es würde mich interessieren, ob ihr auch früher Traktor gespielt habt oder LKW. LKW habe ich auch gerne gespielt und dann mit Anhänger einparken und so. Also rein gedanklich natürlich. Aber das haben wir immer gespielt. Ja, das macht cool. Habt ihr auch Traktor gespielt? Was war denn jetzt? Hat irgendwas dumm gemacht? Schon wieder. Hä? Weil jetzt nicht was los war. Aber irgendwie hat wohl, äh, ist es aus dem Spiel rausgetappt. So. Ja, ähm, äh, hier steht wieder nicht wie viel Geld. Ich glaube, wir waren schon über 60.000. Und wir brauchen für dieses Mähwerk ein bisschen mehr als 50, glaube ich. 67 haben wir schon. Das kostet 81.000. Ich glaube, wir machen noch die 21.000. Wenn ich jetzt mal wieder rausgekommen habe. Ja. 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 Klappen das dauert jetzt ne Weile ich hoffe mal, dass ich das ja, ich werde es schon in der Folge noch fertig machen oder wir sehen uns einfach in der nächsten wieder wo ich das Fell dann fertig mache ich mache jetzt hier einfach einen Cut bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder vielen Dank, lasst doch ein Like oder ein Kommentar da wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht unten rein zu schreiben habt ihr als Kinder LKW oder Traktor oder Auto gespielt nur mit eurem Körper also so hin und her laufen und so tun als wärt ihr einen Traktor oder einen LKW und würdet so ein Gefährt fahren wir sehen uns wieder wenn ich dieses Feld beendet habe in der nächsten Folge vielen Dank, bis dahin Ciao